Hallo, wir melden uns nicht aus dem Homeoffice, sondern mit genügend Abstand aus dem Makerspace. Weil wir euch zeigen wollen, was bei uns am SMZ während der Krise abgeht. Genau, zum Beispiel machen wir selbst genähte Masken. Und wir produzieren Gesichtsschilder aus dem 3D-Drucker. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.